Die Trainerfrage bei der Nationalmannschaft, sie ist ja weiter nicht entschieden. Doch beim Deutschen Fußballbund brodelt es zusätzlich wegen einer anderen Personalie. Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzlaff traten mit sofortiger Wirkung aus der Taskforce zurück. Rummenigge ist Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern München. Minzlaff ist Aussichtsratsvorsitzender von RB Leipzig. Auslöser für die Rücktritte ist die Ernennung von Andreas Rettig zum neuen Geschäftsführer Sport beim DFB. Der streitbare Fußballmanager folgt auf Oliver Bierhoff. Die Taskforce des DFB war im Dezember nach den Vorrunden aus bei der WM in Katar gegründet worden.